910 am besten 10 ja ich stand schon an dingens 0 bis 0 bis 4 stand ich schon jetzt nur die rechte tür aufgerissen hast du wohl verriegelt das ist auch so ein bug im moment dass man einmal die tür aufmachen kann dann kann man sie nicht mehr aufmachen ist er drin sie doch jetzt cool dass er hier rein ich coolere nicht ich stehe cool dass er mal reingestellt oder auch bei gestorben werden warum müssen wir denn hin weg nach rechts nach rechts ich sehe das gar nicht in zwei minuten sehe ich ja ja ich weiß ich hab schon ja auf jeden Fall muss einer in den Turm was wieso zieht denn jetzt die Waffe nicht hier wieso gehen wir da wieder drauf das weiß ich doch jetzt schon Warum? Hast du Raketen? Ja, du brauchst Raketen, aber du brauchst die Asteroiden wegsprengen oder was? Ja. Schnee Schieber, wo brauch ich? Aber da kommen auch mehrere Stiffe, weil das ist ja up to so und so viel. Mal gucken. So, wir sind da. Ja, Leute. Ja, also. Da ist ein Grün, ne? Ich kann nur im Grünen aufschalten. Ja, ist auch nur im Grünen, das ist erstmal das Rendezvous hier. Einige spricht ja jetzt erst mit uns. Soll ich dich anstupsen? Was für ein Schiff? Ja. Beach Patrol. Oder müssen wir irgendwo anders hin? Warte mal. Hier ist noch ein Marker, warte mal. Warte mal, diese falsche. Ja, das ist ein Marker. Ja. Da kann ich nicht hin. Ach, sieh auch nur 93 Kilometer, ich wollte hinspringen. Ich klinge? Ja, die sind ja nicht das hier bist. Ich klinge. Ach, sieh auch nur. Hier ist schon echt kein Lichter hoffentlich. Die für mich nicht alles wiederum. eine stunde später vier minuten hast du noch du willst dich auch patrouillieren Zwei Kontakte Wo ist er denn? Oh, Mensch Was war das? Hat er uns gekrampft? Da krampt uns doch immer einer oder so was So, das sind die... ...fastrieren Ich habe aber langsamer Platten da vorne Ich komme nicht mehr ran, wenn ich die Spieler Ah, jetzt Ah, du little shit So, jetzt Stundbeplatz Oder? Ne Ne Aber ist er da Bist ein We are good nächste area naja schiff leuchtet noch nicht roh, das ist schon mal viel wert das problem ist ich weiß gar nicht wie ich die raketen die flares werfen mit c c oder v, eins zum bein v ist ja spitze da hast du jetzt gemerkt, hast du was geschossen oder nicht ja ja normal normale waffen also ich kann die von hier oben nicht abfeuern ich habe das doch schon öfter gemacht aus langeweile dass ich dann die fahre sehe ja aber die musst du auch laufen f ist auch nix fv ne v ja fv ist ja fc aber man kann es ja auch normal hin und her schrauben aber muss hier mal nicht in die option gucken das ist deswegen haben wir ja eben die erste rakete schon abbekommen ich konnte gar nicht abwehren weil da habe ich die ganze zeit kollisioner gleich hier stehen ja wegen der ganzen steinchen hier ne ich glaube eben noch das hat er noch nicht gemerkt dass wir da später in der ne 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 ich bin mal gespannt ob der un überhaupt geld kriegt weil er ja mal zwei fahrer ist ich weiß nicht oder der der den letzten schuss abgibt oder weiß ich gar nicht ist ja up to das heißt du kriegst für jeden abschluss irgendwie was naja bis höchstens wenn du sie alleine machst kriegst du diese 1800 ja ne du kriegst für jeden abschluss glaube ich 1800 ja aber up to ist bis zu das ätzende die sonne zu gegen die sonne zu fliegen ja ja es geht ja bei den astroiden bin ich schon die ganze zeit genau am gucken dass ich gar nicht auf einmal einen vor den nacken würde ich auch an einem hohen die dritschippt ausblieben ah scheiße jetzt Das war's. So, wir sind da. Er sagt immer noch, Patrol 2 Minuten. Geht nicht weiter. Dann noch 400 Meter. Ja, die Mission geht nicht weiter. Hätte schon längst aktualisiert werden müssen. Mission geht nicht weiter. Jetzt sind wir da. Jetzt. Contact. Also sehe ich denn diesen Pfeil nicht mehr. 7 Kilometer. Ich kann den aufschalten, aber ich sehe diesen Pfeil nicht mehr, in welche Richtung er ist. Da ist er. Ist er das? Das Spiel ist weg. Ich bin quescht. Schade. Schaffst du das? Ja, ich komme noch nicht ran. Wo fliegen wir denn hin? So was muss ich denn nicht haben. Wenn es raus ist, kann ich den Schiff auch nicht übernehmen. Nein. Nein, nein, ich bin aber gerade geguckt. Das bringt nichts, weil das so zappelt. Recovery. Nein. Ich bin sofort da. Ich bin auf dem Ladebüttchen. Kannst du auch aufhören zu schießen jetzt, Mensch. Ich schieße gar nicht. Jetzt nicht mehr. Ich kann aber kein Aufschießen aufschalten. Nee. Ist dir noch jemand? Nee, der ist weggeflogen. Warte mal. Wo ist denn das Ding hin jetzt? Ich muss glaube ich nochmal hinfliegen, weil wir weggeflogen sind. Ja, aber ich weiß nicht. Da hinten ist er, da wo ich hingucke. Sehe ich nicht. Sehe ich nicht. Doch da. Doch, hier. Da. Da ist 17,5 Kilometer. Kontakt habe ich gerade gehabt. Da ist irgendwo einer. Jetzt habe ich Kontakt. Ja, ich zeige ihn auch wieder. Da. Ja, 60 Kilometer. Ist er denn weg? Ja, ist wohl nicht auch weg. Jetzt ist er wieder. Jetzt hinter dem Stein. Obacht. Hat er sich dahinter versteckt? Nee, der ist er vor. Tatsache. Tiefer, tiefer. Aber wir sind ja auch nicht zum Spaß hier, ne? Nächste Area. Hast du die aufgeblendet? Ja, ja, ja. 200 Kilometer. Ja. Wie viel Zeit haben wir denn? Ich habe keine Zeitanzeige. 5 Minuten 43. Ja. Also kannst du rückwärtsgang reinmachen. Wir haben doch alle Teile am Schiff. Wir sind auch schon mal also quasi nur mit dem Corpus geflogen und gelandet, ne? Also groß hier noch nicht. So, maximal Geschwindigkeit erreicht, 2115 Meter pro Sekunde. 2115? 2115. Links befindet sich hier, da vorne. Und wenn man in der Außenansicht dann guckt, hier Asteroiden, dann denkst du, die war das überall vor. Ja. In der Tat. Ja, hast du den Knopf gefunden? Der funktioniert jetzt. Das ist VK10 und herschalten und mit meinem linken PIN hier auf dem Joyce hier kann ich das nicht. Ja, kann ich nur drücken. Das hat eben nicht funktioniert. Hm. Komisch. Sehr merkwürdig alles. Ja. Knapp, ne? Ja, ja. Platz. Noch 70. Ja, nicht um Steine. Ich glaube, wie es noch ankommt, da kannst du gleich wieder umdrehen. Ja. 60 Kilometer war der erste, da waren sie wie 130, jetzt sind wir bei über 200. Das ist eine ganz schön große Patrouillierstrecke quasi. So, Freunde der Nacht. Kontakt? Ja. Falsch? Warum? Piept was? Ne, ist der Falsch, wo ist der andere Kontakt da unten? Was? Hier, 5 Kilometer. Oh. Oh, das war ja einfach. Ok, wo ist der nächste? Congratulations hat er gesagt, hier vor uns. Der ist jetzt aber mal hinter dem Stein. Ich glaube auch, ja. Der hat Arschloch zu mir gesagt. Ich glaube, was geht los? Dann geht er an der Raketen geschaffen. So ist alles in den grünen Bereich. 5 Minuten 56. Oh. 90 Kilometer. Okay. Immer noch alles dran. Oh, oh, mein Spiel ist wieder weg. Das linke Schild ist aber runter komplett. Hier oben ist alles grün. Bei mir sagt er, das linke hat nur 10 Prozent. Er hat aber mit mir eben auch gesagt, aber das früchte ich gleich wieder auf. Wichtig ist, dass er jetzt nicht von Asteroiden geht. Nee, jetzt zittert es wieder. Wenn der Pilot weg ist, dann fängt es ja immer so an. Vor, zurück, vor, zurück. Wir fahren eher rückwärts. Ja, wobei es pendelt immer zwischen 85 und 86 Entfernung. 5, 6, 5, 6, 5, 6. Ja. Und das Schild baut sich nicht auf. Also wenn der Pilot nicht da ist, dann macht das Schild nichts. Nicht wirklich. Wir kommen ein bisschen näher. Jetzt ist 84, 85. Blöd ist, die Zeit geht trotzdem runter. Ja, aber sicher nur 80 Kilometer oder 90. Aber jetzt sind 82. Würdest du vielleicht aufhören zu essen und dich mal konzentrieren, dass du wieder im Schiff bist? Stimmt. Zeit. Jetzt mal ein Stück Kuchen an. Recovery. So, wir haben eine Radeböldchen. Es ist leise hier. Leise ist der Krach. Hier ist es leise. Ich habe das Gefühl, dass ich im Triebwerk sitze. Machst du es vielleicht auch schon. Sollen wir da? Oh ja. Fliegen wir geradeaus oder was? 75. Ja, in die Richtung wo ich gucken werde. 75. Ja, ich bin sicher. Ja, ich mag gar nicht. Also ich habe genau geguckt, genau drauf ist alles richtig. 69, 68. Für mich baut sich das linke Schild nicht auf. Bei mir ist er voll. Okay. Ja, wo dann ist das Bild bei mir nur stehen geblieben. Ja, der bei mir ist. Nee, ich glaube schon. Oder hast du die Schilde in der Kanzel angemalt? Nee. Hinten ist auch nur 58. Computer, Schildeausgleich. Gleich für Schildeausgleich. Wie weit noch? Ich sehe nichts, ich habe keinen Marker. 34, 33. Nee, bei mir dann gut. Dann ist die Schildanzeige bei mir kaputt. Das hier bestimmt wieder zwischen den riesigen Brocken jetzt, ne? Ja, 18 noch. 17. Wahrscheinlich. Naja, es geht hier wieder zwischen den großen Brocken. Da ist auch da wieder Kontakt. Da sind ja noch 9000. Vorsicht, Stein. Zieh den Kopf ein. Ja, eben bin ich hier oben, weißt du. Nee, hier ist das grüne Schiff. Da ist ein grüner. Da ist ein roter. Ja. Anton, ne? Hast du auch Anton? Ja. Und bitte, zieh mal voll. Okay. Oh. All patrol points cleared. Nice pieces. Lass auf, wer zu schießen. Ja, ich schieße gar nicht. Ihr habt wohl den Zaun montiert. Ich auch. Ich auch. So, man hat gesagt, die Aufgabe ist fertig. Ja, die haben wir auch stand da oben. Aber ich krieg kein Geld. Ich krieg auch nicht. Tö. Der ballert und ballert und ballert und ballert. Aber die Schilde sind wieder clear. Aber Geld hab ich gar nichts gekriegt. Äh, jetzt sind die Schilde runter? Was ist denn hier los? Ja, ich hab ein Schiff ausgehört. Ach so. Also, ich hab Geld bekommen. Aber nicht viel, glaub ich. Ich hab jetzt 85.000. Die hatte er eben nicht so viel. Äh, ich hab mir ne Waffe, ein Magazin. Ich weiß gar nicht mehr. 92. Ich hab 500 gekriegt oder so. Ich weiß es nicht, weil angezeigt hat er mir nichts. Und wie viel ich vorher hatte, weiß ich nicht. 92.000 hab ich jetzt. Ich hatte 97. Ich hab 10 Magazine, einen LMG gekauft. Tja, weiß ich nicht. Also, wenn ich 4.